so leute willkommen zurück zu einem weiteren part von super mario odyssey wir haben jetzt ein bisschen was gefunden wo wir weiter kommen könnten und schauen ob das das ist das da reinkommen und das ist ja auch voll ich bin da ich bin da wasser es ist? Nein, 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 nein Wir treten uns nicht Wir treten uns nicht Wir sind nicht Endlich! Da drümmen wir was! Warte, da haben wir da oben schon! Ja? Ja! Warte, da ist keiner nix! Ja! Du hast da keine Eurodruck! Kommen wir! Wir haben den Boss gehabt! Ha! Fertig! Ich habe was gefunden! Eine Eingangstür! Eine geheime Tür! Okay! Cool! Willst du das mal versuchen? Ja! Enttäuscht, wenn wir waren! Hä? Achso! Wir können ja nicht reden müssen! Tschüss! Okay! Warte mal kurz! Puzzis! Kannst du die Klassikur machen? Vergiss es! Oh, ich kann das halt tun! Ich habe Angst! Berechtigt! Ja! Warte! 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 Es wäre eh, ich sagte ihm vielleicht, da... Oh! Naain! Was ist denn das? Ich bin wirklich drauf gesprungen. Das ist nicht so toll. Aus dem Grund wollte ich eben ja Münzen haben. So, Konzentration, Konzentration. Du hast es geschafft. Warte. Ich glaube, du musst einen Gapwummer zu der da rüberspielen. Ja, ich glaube ich auch. Anders geht das nicht. Ich habe leider nicht mehr viel Wasser getrunken. Von daher jetzt ein bisschen... Verdammt. Aber das ist jetzt machbar, Herr Nachbar. Nehmen wir auf? Ja, gut. Ja, ne, weißt du nicht. Keine Frage. Ja, ne, ne. So muss ich sichern. Ja, ja. Und das hier ist ein Let's Play und nicht Reality. Und nicht Reality... Reality TV. So würde ich es auch mal rausbekommen. Und nicht Reality TV, wo die Leute nicht wissen, dass eine Kamera um sich herum ist. Okay, bei uns ist es keine Kamera, aber wir wissen, die Aufnahme läuft. Ich habe mal vorgekommen, dass das für dir nicht gelaufen ist. Ich habe einmal... Ah, ja. Ich habe einmal vorgekommen, dass ich Conor rausgenommen habe. War sehr bei mir. Und ich glaube, das war eine dieser Filler-Folgen. Wo ein komischer Fall war mit den Detective Boys und Mitsuhiko und mit diesem einen alten Mann, mit dem Bücherladen, glaube ich. Der Fall war das. Ah. Ah. Sehr, sehr konzentrierend anreden. Drei Versuche mache ich maximal noch, dann lassen wir es. Aber ganz kurz versuche. Weil ich will jetzt ewig lang herum probiere, ich wollte den Bosskampagne auch schaffen. Ja, ich weiß ja gar nicht, wozu das Level da ist. Ich nehme mal an, wenn wir das schaffen können wir auch maximal einen Mond, den wir nicht wirklich... Nein, oh, erfiel später ist das halt schon Vorteile für später. Aber wir brauchen später auch keinen. Andere Welten, die Monde sind universell. Es kann vielleicht sein, dass es irgendwie später am Anfang viele Monde gibt, also viele Überschüssige, und später nachher dann genauso viele, wie du brauchst und dann immer noch weniger sind. Das kann vielleicht sein, dass du dann wirklich weniger sind. Nee, dass dann einfach weniger... Weil jetzt sind es schon sehr viel. Erst einfach dann, dass du quasi farmen kannst für den Notfall. Dann müssen wir jetzt nochmal. Warte, warte. Stopp, das war echt gut genug getampft. Und dann, nicht mich stoßen. Das bringt mir nix. Das ist wirklich nur daneben. Natürlich kann man eh wieder Müll zu sammeln, also das ist nicht zu schlimm. Ich glaube, da komme ich fast nicht ins Minus, weil man nicht immer mindestens 10 Müll zu kriegen. Oder mehr, sogar schon noch mehr. Ich gehe mal das maximal an, wenn wir wirklich alle drin sind. Das ist mal vom letzten Speicherpunkt. Ähm. Dazu gab es hier einen Speicherpunkt. Glaub ich... Ähm. Dass du Level einfach dann machen musst, komplett. Ja, das ist... ja. Ich hatte es auch. Okay. Ich bin vor allem an der Design-and-Colon Folge da. Ich weiß nicht, welche war es war. 870 oder so? Keine Ahnung. Vielleicht verlinke ich die Folge ja einfach. Äh. Da habe ich heute wirklich erst nach dem Aufnehmen gemerkt. So, okay. Fuck. Äh. Ich habe mich aufgenommen. Okay. Und da habe ich es dann nachher noch normal aufnehmen müssen, wenn das echt toll war. So, wie man sich sicher denken kann. Puh, weitergekommen. Nein. Habt ihr genauso lange... Uaaaah. Pass auf. Habt ihr genauso lange gebraucht dafür, welche Versuche habt ihr gebraucht? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Weil ich glaube, das ist jetzt mein Part. Oder könnt ihr euch bei Carina reinschreiben, welche Versuche... Warte, ich glaube. Ist eigentlich egal. Ja. Wo muss es jetzt rein? Also, da gibt es eh nichts mehr. Nein, da gibt es nichts mehr. Gut. Wir können den beiden Parts rein schauen. Kannst du wieder Ringe sammeln? Lord of the Rings. Ich sollte den Part. Ich sollte den witzig zurückbringen. Lord of the Rings. Lord of the Flies. So. Wir haben den Rosamond. Genau. Wenn ich... Am Abend raus schreibe ich auch immer den Rosamond. Sonn ist da. Ja. Und jetzt kommen wir wieder. Tauschen mir gerade den Controller und kommen... Das muss keiner wissen. Ähm. Na ja, schon. Ich habe dir vorher gesagt, dass ich den Part jetzt mache. Also den... Den... Geh mir zum Speicherpunkt zurück. Und dann kann man dann... Ich glaube, ob es ist weh gespeichert, oder? Ähm. Spaghetti. Alles egal. Ja. Ich fand jetzt Primarkus. So. Ähm. Dann... Ja. Mach's dir nachts. Das geht gar nicht. Ja. Schon deine eigene Sachen finden. Das sind Spaghetti. So. Und... Und... Geh schon. Ja. Ich bin nicht... Kamera... Kamera Action. Ja. Hallo. 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 Ich bin eben der. Warte. Hilfe. Komm mal. Ah. Ah. Nein. Mach sie fertig. Ja. Die. Komm mal. Ja. Die. 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 Ja. Ja. Oha, bin ich gut oder bin ich gut? Oha, verdammt. Was hast du so schön? Du bist zu spät, wir haben uns das Schnixenkleid schon unter den Nagel gerissen. Den Nagel gerissen, siehste? Hätten wir uns nicht das Outfit gekauft, hätten wir sie eingeholt. Wobei, glaube ich, es wäre Wurst gewesen, die hätten das so oder so gesagt. Es passt sogar zum Frakt von Professor, du wählst es zurück, schmink sie ab, das behalten wir. Ich bin eher für die Spaghetti gekommen. Ähm, ja. Hey, ich bin der Einzige, der Worte. Warte, das ist eine Blume. Blume, ich bin eine Blume, wer kennt das von euch? Ha, so geht das. Das ist sowieso einfach. Sagst du jetzt? Nein! Ja, wie war das, wie war das, wie war das gerade? Nein, ich nehme so mit. Ich höre zu, ich höre. Bitte lach mal. Ich höre. Ja. Aber die Postkampen sind zu zweit einfacher. Warte, keine dritte Phase, also ne. Verdammt. Ich bin so schlecht, ja. Geht gar nicht. Mach das, Harakiri. Oh, wir haben die nächste. Machen wir uns überspringen, weil dann vielleicht brauchen wir nicht wissen. Oh Mann! Ja. Du hast dich auch nicht ewig gesagt, das ist auch nicht blöd. Toll, wie du ein scheiß Leben verloren hast. Schön sprechen, Karina. Die erste, was ich war am besten. Wie immer. Kann man das mit einem Leben schaffen? Ach so, ich muss ZR drücken, damit ich schneller werde. Okay, ich hab's verstanden. Okay, jetzt werden wir machen, wenn fertig. Mit deinem Leben. Ja. Ja. Ah, na, hab ich schlecht. Ah. Nein, verdammt. Ah. Er nimmt sie vor mir weg. Das ist fies. Ich glaub, ich sag auch nicht blöd. Ich sag auch nicht, ja, passt vorwäschig. Ich bin voll dabei. Na ja. Das ist der erste Pass, wo wir drei Versuche gebracht haben. Stimmt, ey. Okay, der letzte war auch einfach Schasse. Jo. Ich hab jetzt auch nicht, ich hab jetzt irgendwie auf die Aufnahme geschaut und nicht auf die Pass. Eherwie gesagt, das ist ein Let's Play. Wir sind nicht hier bei Reality TV, bei ACTV. Was mach ich da? Irgendwas. Ah, ich, da bin ich nicht gar nicht mehr. Was machst du? Ich schaffe nicht mehr. Ja, das geht. Ich kann nicht irgendwie aufhalten, wenn das so am Boden ist. Wow, komm her. Oh man, das ist fies. You're too slow. Was? You're too slow. Was ist das? Sonic Spruch. Du bist zu langsam. You're too slow. Alter, das ist irgendwie... Wie, 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 die, da. Oh, verdammt. Auch an vor. Nein, geht's nicht mal raus. Ich wäre erst immer so gewesen. Ja, wenn ich mich zu denen verloren hätte. Aber komm. wer kennt das wort komm jetzt haben wir gleich das haben wir gleich mit drei leben jay endlich mal 100 millionen versuche ja dran ich bin mal multivant bariose bruder ist über dem see konnten wir hier schon vorher ja ja ich würde sind wir in der art des roms noch die münzen die werden für jede welt einzeln oder ich will nicht was dann gehen wir schauen wir ein schiff und aber wo wir dann hinkommen das sind glaube ich die was noch zusätzlich an 40 haben wir jetzt insgesamt gesammelt jetzt haben wir glaube ich fünf oder sechs was will ich denn essen ich habe es gemacht ja 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 ich kann uns selber wegen ja wenn sich Böckernsteuerung. Ah, das. Das sind wir. Ach so, wenn wir das schon einmal andrückt haben. Da sind wir. Nacke, ich... Mist. Wo ist das? Hm. Das ist nicht weh. Bitte, wir müssen da hin. Ich glaube, ich glaube, ich rüst dich wieder darauf. Ja. Ja, okay, so funktioniert das nicht rein, sondern so machen. Genau. Jetzt geht uns fast lang hin. Genau, und wie gesagt, dass wir den Part da beenden, weil es sind jetzt fast 18 Minuten und jetzt einfach kleine neue Welt anfangen, das irgendwie läuft. Aber wir können uns in die Welt ja mal rein teasern. Also hier machen wir das schon noch. Genau. Mario auf hoher See. Mit Balldose? Ja, da musst du kalt da rum sein, oder? Kriegt die da überhaupt Luft? Vielleicht kann Matt bei dir einmal eine Theorie darüber machen. Ich würde sie mir anschauen. Ich würde sie mir anschauen. Und wir können da ein paar Manieren beibringen. Oder Eheringe, die verwerbt werden. Wo wir gerade ein bisschen Zeit haben, können wir ein paar Kleinigkeiten nachlesen. Jetzt kommt wieder die Steuerung. Und was wecken wir. Drehwurf. Oh ja, aber die haben wir nicht hinbekommen. Die ist gleich schon ganz. Also da soll es ein riesiges Gewächshaus voller Blumen geben. Yay! Gewächshaus der Blumen. Yay. Also da gibt es dort ein berühmtes Blumenarrangement. R-r-r-run. Na ja, wurscht. Da können wir die ganze Zeit nicht her springen. Da wird er wahrscheinlich dann einen Blumenstrauß haben wollen, den Peach werfen muss. Warum haben die die Sachen nicht schon vorgeholt? Ich meine, seriously. Ja, die Welt habe ich im Trailer auch kurz gesehen. Die ist cool. Bekommen wir dabei doch so ein Flanellhemd und so eine... Und ich... Und ich will eine Schrottflinte haben. Das sieht irgendwie auch aus wie es bei du aus. Finde ich gut. Finde ich gut. Was sind das für coolste Gestalten? Hörst du das? Ja, wir hören es. Aber ganz richtig im nächsten Part. Bis dann und ciao. Tschüss.